Ein kleiner Tipp für ElbkickTV Zuschauer. Ich wollte noch mal ein, zwei Tipps mit auf den Weg geben, wie man am besten viele Tore schießt. Das Allerwichtigste ist natürlich, dass man nicht viel überlegt vom Tor, dass der Hunger nach Toren natürlich immer am höchsten sein muss und das Gefühl, dass man letztendlich nach dem Torschießen hat. Wenn man daran denkt und sich das vor Augen hält, dann kann einem keinen aufhalten.